Und herzlich willkommen auf meinem Kanal TimonTV, wir spielen heute wieder Alien Blackout. Ja, dann legen wir mal los hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Quiff-Mitglied aussuchen. Ja, wo denn? Okay. 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 Uh. Da wurde ich nicht drauf. Es ist nah. Was für eine Scheiße hier. Es gehen die wenigsten zusammen ey. Unglaublich hier. Unglaublich. Und dann starten wir halt das nochmal neu. Ey bin ich zu blöd um das oder was. Mein Gott. Ich muss mich noch daran ein bisschen wegkommen wenn ich die Kamera mache. Kann ich ausmachen. Ist das immer das selbe Ablauf oder? Oder ist das nicht das selbe Ablauf? Ich habe keine Ahnung. Komm. Lorncroft. Ich habe ein paar von den Proof in Bodypacks gefunden. Der Geräusch ist... ...machbar. Das ist... ...distastend. Aber auch unsere beste Möglichkeit. Bitte minde die Kameras. Ich höre es. Ich bin... Lorncroft! Ich bin... Lorncroft. Aber jetzt bin ich die einzige Betten, die du hast. Also bleiben wir zusammen, und wir machen es durch das. Wir machen dieses Loss die einzige Betten. Okay, okay. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Nein! Geh raus. Komm schon. Hier ist ein Werkstatt. Geh raus. Komm schon. Hat diese Musik jetzt mit was zu tun? Keine Ahnung. Keine Ahnung. All right, I need to switch access points again. I'm sorry about Thorncroft. That shouldn't have happened. This station has cost us one of the greatest mines of this century. Jemand, Level geschafft. Ah, wer hat's gesagt? Schreibt es in den Kommentaren, wie weit ihr seid und ja, habt noch einen angenehmen Tag. Ciao. 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 Ciao.